Wir können das bieten, was andere bieten können. Also wirklich zum Positiven verändert hat sich diese Mindestlohnregelung und die Arbeitszeiterfassung, dass das wirklich greift, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo man so sagt, das ist wirklich ein Beruf, wo man keine 16 Stunden mehr arbeitet. Meine Mitarbeiter sind im Halbjahresschnitt 9 Stunden am Tag auf Arbeit. Man kann Überstunden abbauen, es wird alles registriert. Die Arbeitszeit ist, sage ich mal, jetzt komplett im gesetzlichen Rahmen und damit ist natürlich die Gastronomie wieder attraktiv geworden. Was jetzt noch fehlt, ist, dass nach außen kommuniziert wird, dass man einfach sagt, wir sind als Gastronomie darauf eingestellt, wir können das bieten, was andere bieten können und das muss einfach kommuniziert werden, dass die Betriebe sich darauf eingestellt haben, dass wir diese Bestimmungen einhalten können.